hallo und herzlich willkommen meine freunde hier zum kleinen info ich wollte nur sagen live stream heute 18 30 wir haben ja gestern im stream sagte man 16 uhr machen 18 30 heute und dann gucken wir mal wie lange moment beziehungsweise das moment maximal 22 uhr ob das jetzt aber so lange geht weiß ich nicht welch daran festmachen wie müde ich werde beziehungsweise wie viel lust ich dabei habe soja das ist eigentlich schon alles 18 uhr 30 ich freue mich wenn einschaltet bis dahin haut rein euer mr bosen ja